Wir befinden uns bei der Alois Krege MbH in Straubing und wir machen Technik für Eiskaffees. Eistille ist halt nicht nur Aufsperren und Eisverkaufen, sondern ich brauche die richtigen Geräte, die passenden Geräte, die passenden Arbeitsabläufe. Da muss ein Rädchen ins andere greifen, dass das Ganze auch funktioniert. Und das ist das, wo wir ansetzen, wo wir planen, wo wir versuchen, die Leute gut und ehrlich zu beraten. Und bis dahin, dass sich der Kunde am Schluss da drin wohlfühlt und gern sein Eis kauft. Wir sind immer auf der Suche nach motivierten, jungen Leuten, die diesen Beruf gerne ausüben, im Speziellen den Beruf des Mechatronikers für Keltetechnik. Und dieser umfasst natürlich diverse Tätigkeiten in der Keltetechnik, in der Elektrotechnik, aber auch mittlerweile in der heutigen Zeit und umgänglich auch im IT-Bereich. Also es wird auch nicht langweilig. Da haben wir schon genügend verschiedene Tätigkeiten. Was ich von einem neuen Kollegen erwarten würde, das ist natürlich in erster Linie Teambereitschaft, das ist Zuverlässigkeit. Wir brauchen Leute, die selbstständig arbeiten, die anständig sind und die am besten auch bei so einer kleinen Firma wie mir das sind, menschlich einigermaßen dazu erwarten. Grundsätzlich wäre ein ausgebildeter Mechatroniker für Kälteanlagen wäre natürlich ideal. Das wäre perfekt. Wenn nicht, kommen wir aber da auch durchaus, sind wir auch bereit, da zu investieren und jemand die Ausbildung zu ermöglichen. Ja, dann, falls es irgendjemanden gibt, der sich angesprochen fühlt von dem, was wir sagen, und der unser Team gerne verstärken möchte, egal ob als Auszubildender oder als fertiger Techniker, dann würden wir uns natürlich freuen und freuen uns schon auf ein gegenseitiges Kennenlernen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!